hallo liebe freunde von star trek online und an uns lustig war schön dass ihr eingeschreitet habt und ich habe den faden verloren ich wollte immer sagen ich hab's vergessen schön dass auf jeden fall da seid und mit mir weiterhin euch an star trek online erfreut zumindest ihr erfreut euch an diesem video ich erfreue mich um diese zeit wenn ihr das wahrscheinlich seht an mein kühlen bier im pool auf dem wacken festival und werde es mir gut gehen lassen schön ein hinter die binde kippen und super geile mucke hören genau so soll es sein wenn vielleicht ist ja jemand von euch ja auch im festival man weiß es nicht ihr könnt es dann ja gerne meine kommentare schreiben ich werde sie mir auf jeden fall durchlesen sobald ich dann wieder da bin definitiv und wird man mal euch dann auch mal fragen ob ihr denn auch lust gehabt habe was das luste lust habt ihr natürlich wenn ihr auch sacken fahren wo habt ihr lust aber ob ihr dann richtig geil abgefeiert habt und abgemorscht habt oder nicht ich werde auf jeden fall tun und es wird bestimmt der wahnsinn aber nichtsdestotrotz ist da die iss voyager im dock mega cool anberg wasser sache und wir müssen jetzt immer noch elia retten und dementsprechend geht es jetzt erst mal weiter hallo ja und ich weiß aber das ist nicht lange so nein der ist in dem schrank verschwunden da in einem glas schon wieder ich mache euch das leben auch schwer schön anblick die der hat krasse waffen krasse action nein von links und rechts online wir sind eingekreist wir sind noch zingelt macht was hier muss ich mal sowieso hier links schneller schneller oder bewegen sich welche hin von hinten von vorne von links und rechts das geht hier zu das ist ja der wahnsinn uns ist auch noch eine truppe und attacke stellen felser geschützt es wird hier nicht passieren also auch noch mal da und da und viele sachen ich brauche mir die felser klaue ich mein felser steht im rang über dir super da sehen wir an jemanden bord wird schmiede gemacht da liegt sie aber warum haben sie denn in ihren universum kann elia ihr müsst doch eigentlich in ihrem universum dann auch eine elia haben oder nicht da so böse sehe ich oh nein mein böses ich muss ja böses ich erschießen das mache ich mit vergnügen erstmal alles suchen hier was haben wir hier denn noch boom das habe ich auch noch das habe ich noch das habe ich noch das habe ich noch komm schon den kriegst du auch noch um die ohren irgendwas ausscheiden da da oben und da kann ich ja doch jetzt komme ich da hin lass mich in ruhe ja die versteckung scheide ich schon aus keine sorge das ist nicht da hinten schon wieder ich schießt auch schon los er hat immer viel attacke das ist ja abgehauen so ein feuch kling verstanden machen wir uns an die arbeit ok mache ich so dann ab raus hier bestimmt mal was schief die will zurück bleiben ist elia an bord wir haben arbeit machen wir ich vermute dass sie viel besser vorher und zerstörung anschließt und es geht schon wieder los jetzt geht es schon wieder los dass es so ewig lange dauert du bist nix da hier ist ein soundbuck ein kleiner soundbuck was macht ihr da oben macht das geschwäse nach den fäder geschützt und um fertig weg hier hat die hier eigentlich noch ein paar leute hier holen hier kann einer runtergesprungen hast du ja ja ich bin stets bemüht das hecken ist gleich fertig die haben es gleich fertig und sie überleben chancen sind sehr gering ich gehe zurück ich komme hier meine leute hier meine Freunde ich gehe Oh! Weiter, Gates! alle was hat mich denn nichts kaputt kam und da sind sind beziehungsweise was war da denn los aber ich war doch fast auch volles volle hülle was war da denn los super kann ohne gehabt oder gibt es doch nicht die fliegen habe auch manöver also sieht ja schon krass aus was sie an manöver fliegen hier ne oh nein oh nein das ist die esss enderprieser ich werde ich kaputt machen ich werde ich so fast von ferrie machen ja oder auch nicht die iss voyager die kommt jetzt auch noch mit dazu hört sich jetzt zu uns oder es ist okay die enderpreise ist weg alle weg ist und die us ist heute heute da wie ist der plan was ist mit ihnen marschall bestanden ihr glück marschall ahnungslos ende das portal öffnen und entkommen noch nicht alles gewesen sein doch bestimmt auch ein das video ist kaputt nein das video ist nicht kaputt es ist nur schwarz war zwei die nacht okay mal was jetzt passiert da sind wir wieder zurück hoffe ich schön alle wohlbehalten und sicher verstanden steuermann bringen sie uns auf der 2 darauf weiter zur jupiter station langsam fliegen hier sind doch andere schiffe mehr die größeren haben vorfahrt das ist auch noch warum ist sie denn jetzt so weiter hinten okay so auf voyager bin Das Mokvie. ganz besonders in den letzten paar stunden warum ist sie stimmen ich habe immer noch man muss ich noch mal ein bisschen die war immer ganz schön leise von tilly das tun sie der marschall ist sehr hart das war schon wieder jupiter station was a wake-up call next time we'll be ready we still have a lot of unanswered questions and i don't think we're going to like the answers andere kommt jetzt bin ich gespannt wie es weitergeht und wie es weitergeht das werden wir definitiv in der nächsten tor physischer schaden cool coole sache wie es weitergeht dass wir natürlich in der nächsten folge erfahren und ein gerät für den einsatz am boden wie es in der nächsten folge weitergeht das werden wir selbst reden natürlich erfahren und ihr natürlich genauso wie ich hatte daher gerne in der nächsten folge wieder ein wenn wir online spielen und die letzte episode machen und zwar die berufung schaltet gerne wieder ein gibt uns wie immer gerne ein abo für unser kanal und ein like für das video und über einen kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen macht's gut und auf wiedersehen